Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht heute darum, dass wir eine Pizza backen möchten und eigentlich möchte ich gar nicht, aber ich habe mit denen irgendwie da was eingefädelt und muss mich irgendwie davanchieren und dafür muss ich jetzt eben eine Pizza backen. Eine super tolle Pizza, die schmeckt und da Daniel weiß, dass er sich gut kochen kann, sage ich jetzt einfach mal von mir aus, weiß er auch, dass er von mir was ganz Spezielles erbacken kann. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Pizza zu backen. Man kann einmal den Teig selber machen, alles selber vorbereiten, aber das würde mir jetzt alles ein bisschen zu lange dauern. Und deswegen war ich bei der Firma Edeka, Reichelt Edeka gewesen und habe mir schon mal diesen Fertigteig besorgt, wo auch schon eine Soße mit dabei ist, aber die werden wir garantiert noch ein bisschen verfeinern, weil ich bin der Meinung, die schmeckt garantiert so ein bisschen Spino. Kostet, ich bin mir nicht sicher, glaube ich 2 Euro oder so. Und ansonsten müssen wir natürlich noch die ganzen Zutaten mit dazu holen. Bei den Zutaten hat man natürlich einen großen Spielraum, da kann man verschiedene Möglichkeiten nehmen, ob es jetzt Paprika ist, Salami, ganz normaler Kochschinken, Thunfisch, Käse, Mozzarella, was weiß ich. Ich habe mir da so ein paar Sachen geholt und was genau, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Also wie gesagt, die Soße habe ich schon mit dazu, die werde ich noch verfeinern. Dann habe ich zweimal den Teig geholt, um das Blech, was ich hier habe, richtig voll zu kriegen. Ansonsten habe ich noch Frühlingszwiebeln, Paprika an drei verschiedenen Farben, also die herbe und dann zweimal die etwas süßere. Dann schöne große Zwiebeln, ja, ganz lecker. Die sind nicht so scharf, sehr süß, sind ganz lecker. Ansonsten zweimal Thunfisch, und zwar ganz wichtig, Natur ohne Öl, im eigenen Saft. Weil durch das Öl und den Rest, da wird der Geschmack so ein bisschen verfälscht und ich mag es eher pur. Ansonsten für die Hawaii-Version haben wir dann noch die Ananas-Stücken. Und ansonsten habe ich hier noch ein bisschen Feldsalat, Rucola habe ich auch. Muss ich denn überhaupt noch mal fragen, ob er Rucola mag? Schatz, kannst du denn mal fragen, ob er Rucola mag? Und ansonsten noch als Käse Butterkäse, normalen Gouda und Mozzarella. Also das werde ich hier alles noch ein bisschen mischen, weil das Blech ist ja recht groß und da haben wir verschiedene Möglichkeiten, da verschiedene Varianten von der Pizza zu machen. Was wir als erstes erstmal machen, ist, dass wir den Pizzateig auslegen, damit er hier erstmal sich so ein bisschen schon mal, oder damit er erstmal ein bisschen ruhen kann. Der Vorteil ist dabei auch, bei dieser Fertigpizza hat man auch schon den Pizzateig mit bei, er ist richtig schön eingelegt. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir, weil wir wollen das ja ordentlich machen und sauber, dass wir Handschuhe tragen, Gummihandschuhe. Weil würde ich es für mich selber machen, wäre es egal, weil ich würde das ja auch selber essen, klar. Aber wenn jetzt natürlich dann mehrere Leute dran essen, es werden ja nicht nur den dran essen, sondern ich denke mal Kuri bestimmt auch noch. Da sollte man vielleicht aus Hygienekründen ein bisschen drauf achten, dass man da wirklich so eine Gummihandschuhe trägt. Und ich denke mal, da tut man jedem damit auch einen Gefallen. Und diese Gummihandschuhe kriegt man überall in der Apotheke, kosten nicht viel. Und also ich bin auf jeden Fall ein Fan von Gummihandschuhen. Ich kann es eigentlich nur empfehlen. So, jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal den Teig hier drauf. Und wie ich sehe, reicht eigentlich schon fast ein Teig für das ganze Blech. Bin ja erstaunt. Ich glaube, ich muss den sogar noch kürzen, oder? Bis zum nächsten Mal. Dann machen wir den Ofen schon mal an. Die bereiten wir schon mal soweit vor. So, kommen wir jetzt erstmal zu der Soße. Die Soße ist natürlich das Wichtigste bei der Pizza, ganz klar. Die gibt natürlich den Geschmack mit. Und da sollte man natürlich darauf achten, dass sie dementsprechend auch einen guten Geschmack schon mitbringt. Und deswegen werden wir jetzt erstmal die Gläser erstmal leer machen. Und erstmal gucken, wie es schmeckt. Also die Tomaten sind das auf jeden Fall so erstmal schon mal nicht schlecht. Die können wir erstmal schon mal mit nutzen. Die machen wir jetzt als das erstmal schon mal drauf. Und dann können wir jetzt mal drauf. So, als nächster Schritt kommt der Mozzarella-Kieser raus. Als erste Schicht bin ich da rein. Da habe ich schon geliebt, den genommen. Ganz normal, diesen Standard-Mozzarella. Den kann man eigentlich immer ganz gut nehmen. Kann man nicht viel falsch machen. Ja, und der und ich, wir lieben ja Mozzarella. Also eigentlich könnten wir auch eine Pizza nur mit Mozzarella machen. Ich glaube, das würde uns schon reichen. So. Die Mozzarella mache ich jetzt über die ganze komplette Pizza. Wobei ich hier möchte ja verschiedene Segmente machen. Das heißt also, eine Pizza für jeden Geschmack. Aber den Mozzarella, den gebe ich komplett über die ganze Pizza. Ich denke mal, das bietet sich hier ganz gut an. Na, das sieht doch schon mal echt super aus, finde ich. Und ich kann es nur noch mal sagen, wichtig dabei, immer eine Mülltüte da haben, wo man dann alles gleich schon mal reinschmeißen kann. Weil es ist natürlich ganz wichtig, dass man so wenig Müll wie möglich in der Küche hat. So, jetzt die Handschuhe schon mal ausziehen. Weil die sind hier schon mal kontaminiert durch die Mülltüte. So, kommen wir jetzt zu den Zutaten, die wir jetzt auf die Pizza raufmachen. Ich habe da verschiedene Varianten. Ich habe unter anderem ganz normale herkömmliche Salami. Dann habe ich noch Mini-Cabanossi genommen. Da sage ich gleich was dazu. Ansonsten Käse. Ich mag unwahrscheinlich gerne den Butterkäse. Der ist ein bisschen leichter im Geschmack. Und zerläuft auch ganz gut im Ofen. Und ansonsten eben halt noch den klassischen Gouda. Dann in die andere Ecke machen wir noch Hähnchenstreifen-Felets. Finde ich auch ganz witzig. Und ansonsten noch den klassischen Kochschinken. Ich denke mal, wie es jeder mag bei der Pizza Hawaii beispielsweise. So, fangen wir auf jeden Fall erstmal an mit der Salami. Ich werde die auf jeden Fall ein bisschen kleiner machen. Da können wir dann manchmal auch ein bisschen mehr machen. Da macht sich das nicht so schwierig dann beim Schneiden. Und am besten hier so in so leichte Dreiecke. So, und dann fangen wir schon mal an, das hier so ein bisschen zu belegen. Ja, genau so muss das sein. Sehr schön. So, okay. Dann habe ich, wie gesagt, auch Hähnchenfiletstreifen genommen. Fand ich auch eine ganz wichtige Idee. Habe ich auch schon mal gegessen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt Pizza hat oder Joey's Pizza war. Da muss ich auch noch mal fragen, weil die Arbeit ja für ihn eine Pizza-Dingswuchs. So, das schneiden wir noch ein bisschen klein. Und dann, wie gesagt, legen wir die nächste Reihe mit diesen schönen Filetstreifen. Ja. Das bindet sich dann später, wenn wir noch den Käse mit drauf machen. Also das heißt, wenn das jetzt so ein bisschen lose liegt, ist natürlich klar, würde das runterfallen dann später bei der Pizza. Aber dadurch, dass dann ja der Käse noch mit dazu kommt, festigt sich das ja dann auf der Oberfläche. So, ruhig ein bisschen großzügig sein. Weil wir wollen ja nicht nur den Teig essen, sondern wir möchten ja auch richtig was mit Geschmack haben. Und deswegen ist es immer wichtig, da ruhig ein bisschen großzügig sein. Lieber ein bisschen mehr machen. Und wenn man die Pizza zum Beispiel nicht ganz schafft, kann man die so fast auch am zweiten Tag schon noch essen. Dass wir sich zum Haarenbrot einfach nochmal warm machen. Spricht ja nichts dagegen. So, was machen wir hier noch? Zwei, drei, fertig. Mhm. Sehr lecker. Kann ich nur sagen. Könnte jetzt auch sein, dass ich vielleicht ein bisschen überschreibe, wie ich gerade sehe. Aber da kann ich nur sagen, wer es nicht essen will, dem sein Pech. Weil das wird nämlich die geilste Pizza in der Welt. Sag ich jetzt schon. Bin ich von überzeugt. Genau. So, das haben wir jetzt so. Dann machen wir noch eine Reihe, so ein bisschen mit Thunfisch hier. Und dann ganz außen machen wir, was wollt ihr noch? Die Mini-Cabanossi. Und bei den Mini-Cabanossi ist es natürlich, die sind, wo habe ich die? Hier. Die sind natürlich so am Stück. So am Stück kann man die natürlich nicht drauf machen. Die müssen wir natürlich noch ein bisschen klein schneiden. Aber der Vorteil ist bei den Mini-Cabanossi, die haben einen sehr guten eigenen Geschmack. Und, wobei den Thunfisch lassen wir weg. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal die Mini-Cabanossi. Dann auf die Packung. So, meine Lieben. Ich bin soweit wie der Pizza jetzt fertig. Ich habe das jetzt mal ein bisschen beschleunigt. Ansonsten würde das Video wieder ellenlang sein. Wieder ein paar Stunden. Ich habe das soweit jetzt mal alles vorbereitet. So, so sieht das gute Stück aus. Hier drüben also alles mit Salami, mit Paprika ein bisschen versehen. In der Mitte dann die schönen Chicken Bites. Habe ich auch versehen. Dann noch ein bisschen Ananas auch Stücken oben drauf. Frühlingszwiebeln. Hier oben habe ich die Cabanossi gemacht. Mit dem Ingwer oben drüber. Da sind hier diese kleinen, hellen Punkte. Da auch noch ein bisschen Frühlingszwiebeln. Ansonsten nochmal schön Gemüsezwiebeln oben drauf. Die ist sehr süß, die ist sehr lecker. Hier unten noch ein bisschen Thunfisch. Falls das noch jemand will, da auch nochmal ein bisschen kreiert. Und jetzt machen wir nur noch den Käse drauf. Und wenn der Käse drauf ist, geht es ab in den Ofen, backen. Und dann holen wir das Ding raus. Rufen, dennern und gucken, was er sagt. Ob es ihm schmeckt oder nicht. Wenn es nicht schmeckt, kriegt er hier eine Backpfeife. Dann haben wir da Schelle. Ja, also wie gesagt, hier ist noch der Käse oben drauf. Und wie ich schon vorhin sagte, wichtig eben halt immer schön Handschuhe anziehen. Also da kann man nichts falsch machen. Ist immer gut, wenn man eine große Packung sauer sagt. Ja, auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit gesagt, man sollte nicht naschen, weil man zum Schluss keinen Hunger mehr hat. Und was habe ich getan? Richtig nicht genascht. Ich habe jetzt eigentlich schon gar keinen Bock mehr auf die Pizza. Wobei, aber wenn ich mir die so angucke, dann essen wir die so auf jeden Fall. Definitiv. Das ist, glaube ich, meine beste Pizza, die ich je gemacht habe. So. So, und zum Backen nehme ich jetzt Gouda. Bleibt euch überlassen. Also ihr könnt zum Beispiel auch ein bisschen Mozzarella drüber machen, damit sich das bloß ein bisschen bindet. Aber ich möchte ja, dass sich das wirklich richtig festigt obendrauf. Und deswegen haue ich da jetzt nochmal richtig Gouda rauf, bis die sparte Kraft. Also es ist nichts für Diabetiker, sage ich jetzt schon mal an der Stelle, oder für Leute, die die Diät machen. Aber man isst ja nicht jeden Tag Pizza. Also wenn man mal ab und an mal eine Pizza isst, dann sollte man die wirklich machen, so wie man sie möchte. Und richtig rauf hauen, weil dann isst man wirklich mit Genuss und mit viel Spaß. Ja, und wenn ich mir irgendwie so ein bisschen 0815 mache, bloß weil ich auf meine Figur achten will oder sowas. Aber da bräuchten wir auch keine Pizza machen. Also ganz ehrlich, eine neue Pizza muss fett sein. Also nach Rücksprache mit meiner Frau, sie möchte doch nicht die komplette Pizza mit Gouda haben, sondern punktuell. Ne, dann machen wir das mal. So, dann machen wir jetzt hier eine Krümelpizza. Das heißt, immer kleine Stücken nehmen und die dann immer schön aneinander. Dann vergleicht sich, da vergleicht sich, da verbindet sich das dann ein bisschen gleichmäßig und geht auch so ein bisschen in die Fugen rein. So, man kann natürlich auch Butterkäse nehmen in dem Fall. Aber da ist der Nachteil, der Butterkäse zerläuft sehr schnell. Der ist zwar sehr mild im Geschmack, aber der Nachteil in dem Teil zerläuft sehr schnell. Das heißt, ihr müsst die Pizza vorher erstmal ohne den Butterkäse reinmachen. Die Pizza erstmal so ein bisschen backen lassen. Und den Butterkäse ganz zum Schluss, bevor ihr es rausnehmen wollt. Damit dann der Käse natürlich dann gleichmäßig verläuft und nicht dann vorher schon komplett zerlaufen ist oder verbrannt ist. Das ist jetzt natürlich wieder eine Sache, die zieht sich jetzt ein bisschen durch. Weil das Belegen von dem großen Blech ist nicht gerade wenig mit dem Käse. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Bei der Gelegenheit könnt ihr mir mal sagen, ob ihr selber auch schon mal Pizza gebacken habt. Habt ihr selber mal Pizza gebacken oder euch das schon mal vorgenommen? Und wenn ihr die schon mal selber gebacken habt, macht ihr den Teig selber? Oder holt ihr auch Fertigteig? Also das würde mich ja mal interessieren. Ich denke mal, ob man jetzt den Teig selber macht oder ich sag mal Fertigteig holt. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, weil Teig ist Teig, bin ich der Meinung. Und ich denke mal, das macht nicht den Riesenunterschied. Es sei denn natürlich, man macht einen speziellen Teig. Indem man den was für sich noch speziell würst und vielleicht noch irgendwelche Zusätze reinmacht, dass man den dann, wenn man die Pizza isst, dann auch schmeckt. Aber ansonsten, wenn man normalen Stino-Pizzateig macht, denke ich mal, macht das keinen Riesenunterschied. Weil ich denke mal, da kann man wirklich sagen, Teig ist der Teig in dem Fall. Und ansonsten, was sind denn eure Kreationen oder Lieblingszutaten? Also zum Beispiel, Kuri und Dandy mögen zum Beispiel keine Champis. Also ich liebe wiederum Champis. Also ich finde die echt lecker. Und aber zum Beispiel ist auch mit Rucola so. Also Rucola ist immer so eine Sache, rauf machen, ja, nein. Da muss man auch so ein bisschen Fan sein. Also ich mag Rucola. Es war auch nicht jeder Manns Geschmack. Aber Rucola hat irgendwie, das kann man irgendwie nicht beschreiben. Er hat irgendwie einen komischen Geschmack, aber es ist trotzdem irgendwie ein annehmbarer Geschmack, der gewisse Speisen doch irgendwie da außergewöhnlich macht. Also irgendwie da, ich weiß nicht, so ein bisschen hebt im Geschmack. Und, aber ich habe es schon erlebt, also Rucola ist ja auch nicht unbedingt jedermanns Geschmack. Also, ich weiß zwar nicht warum, aber naja, ist so. Und das Schlimme ist, Rucola schmeckt man überall raus. Genauso wie Basilikum oder Koriander. Also es gibt da wirklich so Gewürze, die schmeckt man überall irgendwo, irgendwo raus. So, also ich bin schon fast durch. Auch wie gesagt, ruhig ein bisschen großzügig sein. Weil die Pizza, die soll ja wirklich schmecken. Und da kann man, wie gesagt, gerne mal ein bisschen großzügiger sein. Ich habe in der Zwischenzeit den Ofen auch schon vorgeheizt, damit der natürlich schon richtig schön Energie, richtig Wärme hat. Damit die Pizza, wenn wir sie jetzt reinmachen, damit ich gleich richtig loslegen kann. Laut dem Zettel, also 15 bis 20 Minuten mit dem Teig. Also ich denke mal, das ist realistisch. Hat eigentlich so jede Pizza. Ich habe die jetzt bei, ich lasse die jetzt ungefähr bei, ich sag mal 220, 230 Grad ungefähr. Deswegen, damit ihr gleich richtig Bums bekommt. Und werde dann natürlich dann ab und zu zwischendurch gucken. Und gegebenenfalls, falls ihr dann schon gut durch ist, dann auch schon früher rausnehmen. Ich würde sagen, sehr geil. Okay, also so sieht sie jetzt aus. Also, muss ich so machen, damit ihr es auch seht. Käse ist drauf. Wie gesagt, kommt jetzt in den Backofen. Und wenn sie dann fertig ist und rauskommt, dann zeige ich es euch nochmal. Dann holen wir den. Dann muss er die probieren. Und dann werden wir sehen, ob es seinen Zweck erfüllt hat oder nicht. So, also ich habe die Pizza jetzt rausgeholt. Wie ihr sehen könnt, fehlt hier schon etwas. Kuri hat schon zugeschlagen. Und zwar die Thunfisch- und die Hintchenstreifenvariante. Die Hintchenstreifenvariante fandest du nicht so? Also nichtsagend? Nichtsagend. Nichtsagend? Okay, gut. Ich hatte sie auch nicht weiter gewürzt gerade. Ansonsten die Thunfisch-Variante war? Klasse. War klasse, super. Wie ich schon sagte, also Thunfisch immer drauf achten, am besten im eigenen Saft. Nicht mit Öl oder mit dem Gemüse zusetzen oder mit Sonnenblumenöl und sonstigen, sondern wirklich im eigenen Saft. Und dann kommt wirklich der Geschmack auch am besten raus. Auf jeden Fall, ich habe Dan Bescheid gesagt, vor 20 Minuten oder vor einer halben Stunde, dass die Pizza fertig ist. Er meinte, 20 Minuten kommt da. Ja, 20 Minuten, so rum ist mir jetzt scheißegal. Ich esse jetzt auf jeden Fall die Pizza. Wenn er Pech hat, hat er gar nichts mehr übrig. Sein Pech. Ich mein's. Und dich hatte ja jetzt die Variante mit dem Ingwer interessiert, ne? Ja. Magst du probieren? Probieren. Ja? Ja. Also die Ingwer-Variante ist nämlich hier oben. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich das hier gut rausgeschnitten kriege. Gut. Also Kuri probiert jetzt schon mal die erste Variante. Bin schon mal sehr gespannt. Und ich nehme jetzt hier die Hähnchenfilet-Streifen. Ich hoffe, hier habe ich mich auf jeden Fall gefreut. So, ich bin ja mal echt gespannt. Mhm. Oh Gott. Das sind die Hähnchenfilet-Streifen. Ja, das ist auch gut. Schmeckt der Ingwer gut? Der Ingwer ist gut. Ja. Aber nicht in der Kombi. Okay. Passt also nicht mit der Salami oder mit der Cabanossi oder was auch immer du da genommen hast. Muss ja mal runterkommen. Also. Also erstmal vorweg, das was ich jetzt gegessen habe, total lecker. Die Pizza ist richtig schön saftig. Mit den Frühlingszwiebeln und mit der Ananas. Geile Kombination. Also meine Frau sagt mir gerade, ich habe mal die Hälfte im Gesicht hin. Also wie gesagt, eine sehr gute Kombination. Kuri hat dich jetzt die Variante mit der Cabanossi und dem Ingwer gegeben. Und dein Fazit war gewesen? Passt nicht. Passt nicht. Klar. Ich denke mal, das liegt bestimmt noch ein bisschen daran. Die Cabanossi halt so kräftig würzig. Ich denke mal, der Ingwer passt eher zu was, was leichten Kochschinken hätte eher gepasst. Oder zu den Hähnchenstreifen vielleicht noch. Ja. Na gut. Okay. Lernt man draus. Auf jeden Fall. Wir werden gleich noch gucken. Sofern Dent irgendwann hier auch schlägt, ob er den Ingwer raus schmeckt. Also Dent ist jetzt da. Ich habe die Pizza jetzt fertig. Probier jetzt. Friss oder stirb. Sag mal. Welche ist jetzt? Na alles. Also. Ist alles für mich? Ist alles für dich? Natürlich. Also das ist mit Cabanossen. Das ist mit Hähnchenstreifen und das ist mit Salami. Da habe ich noch was dazu gemacht. Mal sehen, ob du schmeckst. Hähnchenstreifen? Ja, das auch. Aber das ist noch was anderes. Schmeckst du das? Hm. Ingwer. Und? Wie findest du denn? Abgesehen davon, dass ich den Ingwergeschmack eigentlich nicht so mag, ist es gar nicht so schlimm. Ey, cool. Also man schmeckt es, aber es ist nicht so penetrant wie die anderen Sachen, die du mir sonst immer gibst. Mama hat die auch probiert gehabt und meinte, dass es zu mächtig ist. Also wegen der Cabanossen und wegen dem Ingwer. Aber ansonsten ist es cool. Mhm. Äh, ich hatte es dir ja versprochen. Mhm. Sind wir jetzt quitt? Wenn die anderen Teile auch so gut schmecken, ja. Ja, okay. Also. Ich habe meinen Soll erledigt. Der ist jetzt hier noch die restliche Kütze. Also das ist jetzt hier noch übrig geblieben. Und so dünn wie der ist, der wird es garantiert schaffen. Ansonsten ist es was gewesen. Schreib dort drunter mal. Moment, Moment mal. Ja? Das ist der Rest, der übrige ist. Das heißt, du speist mich jetzt mit Resten ab. Naja, das Blech ist ja schon wieder drin. Ey, ich habe nicht so viel gegessen. Ich habe ein Stück gegessen. Mhm. Ne, wirklich. Aber was ist mit deiner Diät? Ach, fick dich. Die ist also mehr als ein Stück. Nein. Der Rest habe ich hier noch für die Wohlfahrt und so. Für die Leute hier. Komm, iss mal. Also wie gesagt, das war es gewesen. Ja, schreibt mir unten in die Kommentare rein, was ihr so für Pizza-Kreationen habt. Macht mal Bilder oder so. Jetzt habt ihr noch Fragen unten in die Kommentare rein. Das war es von uns gewesen. Schönes Wochenende noch. Haut rein. Bis dann. Ciao. Sagst du noch Tschüss? Ich habe hier nochmal runtergeschmissen. Tschüss. Gut. Also außerdem. Ich habe es nicht rausgeschmissen. Ich habe es gesehen. Da liebt es nämlich. Blöder Penner. Nein, hier. Du musstest hier noch essen. Also da ist noch eine Frau. Ich wollte nicht übertreiben. Deswegen habe ich noch ein bisschen gemacht. Ansonsten hast du noch eine Frühlingszwiebel. Aber schmeckt ja. Und nochmal ein paar Minuten, dass wir noch Peregrini haben. Aha. Wir wollen auch jeden August. Vielen Dank.